Musik 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 Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts. So, luftwaffenlastig wird es heute. Ich habe für euch heute mit einem schönen Gruß aus Kanada von Frank, ich hoffe Frank, du siehst das, eine Geschichte, beziehungsweise ein Kriegstagebuch, das geschrieben worden ist von dem Hans-Ulrich Gaserow. Und der Hans-Ulrich Gaserow hat zu tun gehabt mit dem, und ich muss das immer links ablesen, damit ich es nicht falsch erzähle, sonst drehen wir die Luftwaffenleute hier den Hals rum, er hatte zu tun mit der dritten Gruppe, Kampfgeschwader 3, und zwar dort mit dem FZG 76. FZG steht für Flak-Zielgerät 76 und ist natürlich der Tarnname für die V1. So, jetzt überlegen wir mal, V1, HE-111 Bomber, was haben die miteinander zu tun? Ist ganz einfach, diese V1 wurden ja von Rampen abgeschossen und sind Richtung England geflogen und haben London bombardiert, unter anderem London bombardiert. So, als diese Abschussrammen immer mehr in den Fokus von Bomber-Offensiven gekommen sind und sie kaputt waren und die Alliierten nachher gelandet waren in der Normandie und so weiter, musste man sich was überlegen. Also es hat man gesagt, man nimmt sich die Bomber, die Heinkel 111, baut die um und setzt da diese V1 drunter, fliegt los und im Flug lässt man sie dann, droppt man sie dann und der Motor startet und dann werden sie aufs Ziel zusteuern und dann irgendwann, wenn dieser Raketenantrieb im Raketenmotor ausfällt, dann stürzen die ja ab. Also ich will gar nicht so tief in die V1 einsteigen, machen noch ein bisschen was dazu, aber das ist ja nicht das Schwerpunktthema. Schwerpunktthema ist die Erzählung von diesem Soldaten, wie er seine Zeit in diesem Kampfgeschwader erlebt hat. Wie liefen die Einsätze, was haben die erlebt, wie waren die Verluste, waren da überhaupt Erfolge und wie hängt das alles zusammen. Wir sind auch in einem Zeitbereich 44, 45. Ich weiß noch nicht, wie viele Teile das werden. Ich denke mal maximal drei, vielleicht auch nur zwei. Ich muss mal gucken, wie wir das machen, wie wir das nachher schneiden. Auf jeden Fall ist das erstmal so das Intro für den ersten Teil. Beim ersten Teil gibt es noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen und dann nachher beim nächsten halt die Geschichte an sich. Ja, ich hoffe auch das holt euch ab, wieder was Luftwaffenlastiges. Also wir wollen ja so einen gesunden Mix daraus machen. Mal ein bisschen Heer, ein bisschen Luftwaffe, auch mal Marine und dann so im Wechsel, damit das immer noch interessant bleibt. So, genug der einführenden Worte. Wir starten jetzt mit dem ersten Teil dieser Reihe von der dritten Gruppe Kampfgeschwader 3 mit dem FZG 76 oder der V1. Mal sehen, was die Jungs da gemacht haben. Und ich würde sagen, los geht's. So, nochmal kurz bevor wir loslegen mit der Geschichte zur Einordnung. Also das sind hier ganz normale Standardinformationen von dem Fieseler FI 103. Also wir reden natürlich hier von der V1, das hatte ich ja schon im Intro gesagt und ich möchte einfach nochmal ganz kurz ein paar Eckdaten noch dazugeben. Also die F, nein, wir nennen es die V1. Also die V1 war tatsächlich ein Marschflugkörper, wurde als Wunderwaffe, ich sag mal, adressiert und sollte als Vergeltungswaffe gegen England eingesetzt werden. So, Tarnahme FZG 76, also Flak-Zielgerät 76 und das war im Frühjahr 44 einsatzbereit. Wenn wir die Zahlen mal anschauen, also die nackten Zahlen wurden von Juni 44 bis März 45 circa 12.000 dieser V1 verschossen. Verschiedene Ziele hatten wir dort, London natürlich, auch der Hafen von Antwerpen und so weiter. 5,30 Meter war die Spannweite und hatte eine Startmasse von 2.160 Kilogramm. Wir hatten eine Reichweite zwischen 257 und 286 Kilometer und die Treffergenauigkeit war unter aller Kanone, da reden wir nämlich einen Umkreis von 12 Kilometer. Die Sprengladung, man sagt ja immer, war ungefähr wie eine 1 Tonnen Bombe, also eine 1.000 Kilo Bombe, aber tatsächlich hatte sie nur 847 Kilo Sprengstoff an Bord. So, als Zusatz würde ich jetzt noch kurz anführen wollen, dass ungefähr 1.600 V1 von den Heikelbombern gestartet worden sind, also von der He-111 H-22. Das sollte erstmal zur V1 reichen. Dann gehen wir jetzt nochmal an den Bomber, an die HE-111. Ja, die Heikel HE-111, das war ein Flugzeug, das schon 1935 hergestellt wurde und bis 1944 im Einsatz war. Ja, dann gehen wir nochmal so ein paar Größen durch, also ein paar Kenngrößen durch, also 5 Mann Besatzung. Fast 17 Meter lang, Spannweite, über 22 Meter Höchstgeschwindigkeit, die variiert natürlich zwischen 390 und 435 Kilometern pro Stunde. Ja, und es gibt natürlich auch hier unheimlich viele verschiedene Baumuster von den V1 bis V5, dann AB. Und also, es hört gar nicht mehr auf, für uns eigentlich nur wichtig ist nachher am Ende des Tages die H-Version, also die Hotelversion 16, 20 und 22, weil das waren die, die die V1 Lenkflugkörper schleppen bzw. mitnehmen konnten unter der Tragfläche und dann auch verschießen konnten. Aber eigentlich waren diese Flugzeuge für den Tagesbetrieb schon zu alt und konnten gegen die feindlichen Jäger nichts mehr ausrichten. Deswegen wurden die in der Regel Nacht, in Nachteinsätzen tatsächlich an die Front geschickt. Das nochmal zu Heinkel He 111. Im Juni 1944, dem Beginn der Alliierteninvasion in Nordfrankreich, stehen an der Westfront etwa 300 deutsche Flugzeuge, ca. 14.600 Flugzeugen der Alliierten gegenüber. Zu ihnen gehört ein kleiner Kampffliegerverband, die dritte Gruppe Kampfgeschwader 3 mit 3 Staffeln He 111. Die Gruppe operiert im Verborgenen, sofern ihr die gegnerische Abwehr nicht doch hin und wieder auf die Spur kommt. Auftrag der Gruppe mit ihren 36 Maschinen ist es, den massierten Einsatz der V1 Waffen vom Boden aus durch Sondereinsätze mit aus der Luft gestarteten fliegenden Bomben zu begleiten. So sieht sich die dritte Gruppe Kampfgeschwader 3 nach der Eroberung der stationären Abschussrampen an der Kanalküste vor die riesige Aufgabe gestellt, den Einsatz der fliegenden Bomben allein tragen zu müssen. Für diese Aufgabe wird die Gruppe einsatzmäßig dem Führerhauptquartier direkt unterstellt. Die Zerstörkraft der offiziell FZG-76 genannten Bomben erreicht zwar nicht ansatzweise die gewünschte Wirkung, aber zur Beruhigung der deutschen Bevölkerung, die Nacht für Nacht unter den vernichtenden Angriffen auf ihre Städte leidet, ist sie der deutschen Propaganda mit Gewissheit von Nutzen. Es wird daher kein Wehrmachtsbericht ausgelassen, ohne den Einsatz unserer Fernkampfwaffen zu erwähnen. Die tatsächliche Sprengkraft der FZG-76 entspricht der einer üblichen Fliegerbombe bei einem gleichen Sprengstoffanteil von 880 Kilo Amatol, das heißt eine ca. 1000 bis 1200 Kilogramm Bombe könnte einer fliegenden Bombe etwa gleichgesetzt werden. Bei einer Tragfähigkeit der Viermordbomber von über 5000 Kilo lässt sich schnell das wirkliche Potenzial erkennen. Die moralische Wirkung dagegen ist nicht hoch genug eingeschätzt worden. So hat das nach der Ausschaltung der Abschussrahmen voreilig vergündete Ende der Bedrohung und die damit verbundene vorzeitige Rückführung von Millionen Londoner aus der Evakuierung angeblich zur erheblichen politischen Spannung in England geführt. Aber für eine von Hitler erhoffte Änderung der Gesamtsituation war das zu wenig. Es bleibt für den militärischen Bereich die Erkenntnis, dass die britischen Streitkräfte durch die Verteidigung ca. 2200 Flakgeschütze, ca. 2800 Fesselballons, elf Jagdgeschwader, umfangreiche Radareinrichtungen mit der erforderlichen Infrastruktur gebunden waren. Doch das dürfte bei der alliierten Übermacht keine entscheidenden Auswirkungen gehabt haben. Auf unserer Seite gingen von insgesamt 100 eingesetzten Flugzeugen 77 verloren. Mit ihnen ließen 77 Besatzungen zum größtenteils bewährte und hochdekorierte Flieger mit zum Teil Hunderten von Feindflügen ihr Leben. Ein Opfergang, der es schließlich unsere oberste Führung veranlasste, den FZG-Einsatz wegen zu hoher Verluste einzustellen. Es ist Mitte Januar 1944. Ich stehe auf dem tief verschneiten Flugplatz in Lublin-Swidnik, dem Standort meiner neuen Einheit, der zweiten Gruppe des Kampfgeschwaders 51 Edelweiß. Vor zwei Tagen erst habe ich meinen alten Verband, Kampfgeschwader 51 in Hildesheim, bei dem ich nach fast 5 Monaten Lazarettaufenthalt auf die Me 410 umschulen sollte verlassen. Und das obwohl ich bereits seit Januar 1943 in Russland dieser Gruppe angehört hatte. Schuld an diesem recht spontanen Wechsel war der Besuch eines ehemaligen Staffelkapitäns aus meiner Russlandzeit, Hauptmann Martin Vetter auf der Durchreise in Hildesheim zwischengelandet. Wir trafen uns zufällig im Casino. Er erkundigte sich nach meinem Entgehen nach dem 11. September, der Nacht meiner Bauchlandung in Brobusik. Als Leiter des Gefechtsstandes hatte er damals unter anderem meine Bergung und den Abtransport ins Lazarett organisiert. Es bestand also Anlass zu einem längeren Gespräch, in dem ich erfuhr, dass er inzwischen zum Kommandeur der zweiten Gruppe aufgestiegen war. Seine Gruppe befände sich nach schweren Verlusten in der Auffrischung und er hatte freie Hand seinen Offizierschor nach eigenen Vorstellungen zu ergänzen. Namen alter Kameraden ließ mich aufhorchen und über das Angebot in seine Gruppe zu wechseln nachzudenken. Ein Gefühl der Undankbarkeit gegenüber meiner jetzigen Einheit, die sich für meine Rückkehr sehr eingesetzt hatte, ließ mich zögern. Erst Vaters Bemerkung, die Sache mit den Me 410 sei ein totgeborenes Kind, während wir mit seiner Gruppe einen zackigen Kampfliegerkrieg führen würden, gaben dann den Ausschlag sein Angebot anzunehmen. Insgeheim mit dem Hintergedanken, das Luftwaffenpersonalamt im Reichsluftfahrtministerium würde mit der erforderlichen Entscheidung Schicksal spielen und meinen weiteren Weg bestimmen. Vaters Aussage, die Zustimmung des LP-Amtes bedürfe lediglich eines Telefongespräches, erschien mir zu dem Recht abgehoben. Das Amt war uns nicht umsonst als Bürokratenladen bekannt. Die beiden Kommandeure waren sich als alte Freunde über meinen Wechsel einig geworden, dem entscheidenden Telefongespräch zu später Stunde stand nichts im Wege. Das Ergebnis eines kurzen Gesprächs hat mich in Zukunft nie mehr an Vaters langem Arm zweifeln lassen. Über die Hintergründe sind mir bald die Augen aufgegangen, zumal ich in meiner künftigen Funktion selbst an derartigen Personalentscheidungen beteiligt war. Der Ausgang des Telefongespräches hat einen entscheidenden Einfluss auf meinen künftigen Weg genommen und unter anderem dazu geführt, dass ich jetzt in Lublin im tiefen Schnee stehe. Der erste Eindruck den ich von meiner neuen Einheit bekomme ist nicht überwältigend. Ich treffe auf leere Unterkünfte, die Trupp ist noch im Urlaub. Und von Flugzeugen ist weit und breit nicht zu sehen. Gerade auf das Wiedersehen mit der U88 habe ich mich gefreut. Am nächsten Tag schon ist es mit der Ruhe und für die Gruppenangehörigen mit dem Urlaub vorbei. Die Unterkünfte sind mit Leben gefüllt und mit viel Hallo begrüßen sich alte Freunde. Jetzt gefällt es mir hier schon besser. Ich melde mich beim Kommandeur ordnungsgemäß zum Dienstantritt und lerne die Angehörigen seines Stabes kennen. Das Kennenlernen übrigt sich in vielen Fällen. Der Truppenarzt und drei Offiziere, darunter der 1A sind alte Bekannte aus meiner Russlandzeit und gleich mir von der vierten Gruppe abgeworben worden. Die Staffelführungen sind noch nicht mit den vorgesehenen Kapitänen besetzt. Ferders Einkaufstour läuft noch und erhalten zunächst eine provisorische Führung. Ich darf mich mit der sechsten Staffel beschäftigen. Der Begriff Beschäftigen kann wörtlich genommen werden. Es kommen Wochen, in denen in Ermangelung fliegerischer Aufgaben reine Beschäftigungstherapie oder militärischer Lob Gammelei betrieben werden darf. Ein Zustand, der keinesfalls von Dauer sein darf. Und dann kommt endlich doch noch Schwung in den Laden. Zunächst zwar nur in der Organisation. Die erste Maßnahme tut jedoch allen alten Ebelweißern weh. Unsere Gruppe muss das ruhmreiche Kampfgeschwader 51 verlassen und wird als dritte Gruppe vom Kampfgeschwader 3 übernommen. Tröstlich ist, dass das Kampfgeschwader 3 ebenfalls die U88 fliegt und dass seit Kriegsbeginn durch viele gemeinsame Einsätze ein gutes Einvernehmen besteht. Kurz gesagt, wir können uns mit dem Kampfgeschwader 3 identifizieren. Im Zuge der Umgruppierung kommen vom Kampfgeschwader 3 zwei bewährte Staffelkapitäne als Führer der nun mehrigen siebten und achten Staffel zu uns. Für mich steht noch eine Überraschung aus. Der Kommandeur versetzt mich als seinen Adjutanten in den Gruppenstab. Was er sich dabei gedacht hat, den jüngsten gerade 20 Jahre alten Leutnant ausgerechnet auf diesen Posten zu setzen, bleibt mir unbegreiflich. Für Aufgaben wie Unterstützung des Kommandeurs bei der Führungsarbeit, der Bearbeitung der Offizierspersonalien sowie als Verbindungsstelle zwischen ihm und dem Offizierskorps zu fungieren, waren mir bisher im Gegenteil stets lebensältere Offiziere begegnet. Aber Entscheidungen der Vorgesetzten sollten beim Militär bekanntlich nicht in Frage gestellt werden. Sie werden schon sehen, was sie angerichtet haben. Mir ist klar, dass damit die unbeschwerte Zeit als Staffeloffizier vorbei ist und eine Menge Arbeit auf mich zukommen wird. In der Führungsarbeit einbezogen zu werden verspricht dagegen für die Zukunft eine interessante Zeit. Die Ungewissheit über unsere künftige Verwendung hält an. Neue Flugzeuge sind immer noch nicht in Sicht, also wird eifrig spekuliert. Sollte vielleicht jetzt etwas Entscheidendes passieren? Der Kommandeur hat sich für den Tag abgemeldet und ist seit der Frühe mit unserer Reisemaschinen unterwegs. Kein Wort wohin, ist recht ungewöhnlich. Nach seiner Rückkehr am späten Nachmittag werden alle Offiziere zu einer Besprechung befohlen und jetzt wird es richtig spannend. Um unbefugtes Mithören auszuschließen muss unser Oberfinrich Posten vor der Tür beziehen. Der Kommandeur beginnt mit der Eröffnung, dass alles was wir jetzt erfahren werden der allerhöchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt. Todesurteile bei Fehlverhalten seien bereits ergangen und sollten uns als Warnung dienen. Zur Sache selbst, die dritte Gruppe Kampfgeschwader 3 ist für den Einsatz des FZG 76 Tarnbezeichnung Flak Zielgerät 76 einer völlig neuen Waffe vorgesehen, von deren Verwendung sich die oberste Führung eine Wendung der gesamten Kriegslage verspreche. Wer denkt da nicht sofort an die von Goebbels Propaganda täglich herbeigebeteten Wunderwaffen? Diese Ankündigung schlägt bei uns ein wie eine Bombe. Eine lange Pause des Schweigens ist die Folge bis die ersten erwarteten Fragen kommen. Was ist das FZG 76? Kurze Antwort des Kommandeurs, es handelt sich um fliegende Bomben. Im Ferneinsatz, die von Trägerflugzeugen unserer Gruppe gestartet werden soll. Eine ausführliche Beschreibung kann einer von ihm gezeigten Druckschrift im DIN A5 Format entnommen werden. Einsichtnahme über den Adjutanten, der für die sichere Aufbewahrung des hochbrisanten Buches verantwortlich sei. Aber wo soll die Aufbewahrung erfolgen? Der Aufdruck nur für Offiziere lässt eine Aufbewahrung im Panzerschrank des Geschäftszimmers nicht zu, da hier der Zugriff nicht nur auf Offiziere begrenzt ist. Meine Frage wohin damit? Bescheidet der Kommandeur auf seine bekannte lässige Weise mit der Antwort Na, da lassen sich mal was einfallen. So trage ich die Druckschrift fast 4 Wochen am Leibe bzw. verberge sie nachts unter meinem Kopfkissen. Das Gefühl auf einer entsicherten Handgranate zu schlafen kann auch nicht mehr Nerven kosten. Wo der Kommandeur unseren Auftrag erhalten hat, wird nie erwähnt. Es dürften Mutmaßungen angestellt werden. Auch wird der Truppe der Gegenstand ihrer künftigen Aufgabe zunächst nicht mitgeteilt. Der berühmte Führerbefehl Nummer 1, nachdem keine Dienststelle oder Person von einer geheim zu haltenden Sache mehr erfahren darf, als zur Erfüllung ihrer Aufgabe unbedingt erforderlich ist, hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Als nächste Neuigkeit folgt die Mitteilung über die Auflösung des Kampfgeschwaders 3 mit Ausnahme der dritten Gruppe, die als selbständige Gruppe die bewährte Geschwaderbezeichnung mit dem Kennzeichen 5K weiterführen wird. Wir sind also zur Vollweise mutiert, die ohne übergeordnete Befehlsinstanz operieren wird. Für den Stab zwar mehr Arbeit, aber größere Entscheidungsfreiheit in vielen Dingen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Gruppe verlegt auf dem Bahnweg auf den Flugplatz Grieslingen in Ostpreußen. Nach dem Motto der Letzte macht das Licht aus, darf der Adjutant nach Erledigung aller Übergabeformalitäten der Gruppe hinterherfliegen, als Flugzeug steht unser fieseler Storch bereit. Es ist ein herhältliches Gefühl nach fast sechs Monaten wieder zu fliegen und der Storch ist für diesen Lustflug wunderbar geeignet. Unser neuer Standort liegt in landschaftlich idyllischer Lage zwischen Allenstein und Hohenstein, um uns herum herrliche Wälder und zahlreiche Seen, von denen einige während der Tannenbergschlacht 1914 als Russenfalle bekannt geworden sind. Einzigartig ist unsere Aufnahme durch die Bevölkerung, die als Soldatenfromm bekannt ist. Not brauchen wir hier nicht zu leiden. Der Dienstbetrieb läuft endlich wieder in normalen Bahnen. Lange Gesichter gibt es jedoch als die ersten H111 für die Umschulung eintreffen. Unsere Besatzungen sind jahrelang die wesentlich moderneren, agileren und leistungsstärkeren U88 geflogen. Jetzt bekommen wir einen Veteranentyp, der bereits im Spanienkrieg eingesetzt und vor mehr als drei Jahren aus dem Englandeinsatz als zu langsam verbannt worden ist. Später an der Front lernen wir die Vorzüge dieses robusten und leicht zu fliegenden Vogels schätzen. Dass Langsamkeit in bestimmten Situationen von Vorteil sein kann, wird auch eine unerwartete Erkenntnis werden. Spätestens jetzt ist es an der Zeit unsere Besatzung über die Art ihres künftigen Einsatzes zu informieren. Dass die Zahl der Geheimnisträger schlagartig ansteigt, macht uns natürlich erheblich Sorgen, zumal unsere Soldaten nicht kaserniert sind und täglich Umgang mit der Bevölkerung haben. Ständige Appelle an das Gewissen und Hinweise, dass es schließlich auch um das eigene Leben gehen könnte, sondern das Risiko möglichst gering halten oder ganz ausschließen. Auf dem Ausbildungsprogramm stehen neben der Gewöhnung an die HE111 hauptsächlich Tiefflüge jeglicher Art über Land, über See und auch bei Nacht. Welche Risikobereitschaft besonders bei Nacht unsere Einsätze über See einmal fordern werden, ahnen wir nicht. Noch gehören Tiefflüge zur angenehmen Art unserer Schulung. Im Stab geht immer häufiger ein Begriff um, der in Verbindung mit dem FZG 76 genannt und doch nach außen möglichst verschwiegen wird. Penemünde. Dass sich auf der Ostseeinsel Usedom, ähnlich wie in Fliegerkreisen bekannten Rechlin, allerlei geheimnisvolle Dinge tun, war uns nicht unbekannt geblieben. So steigt die Spannung erheblich, als der Kommandeur den Befehl zu einem Termin bei der Luftwaffenerprobungsstelle Penemünde West erhält. Nach einem relativ kurzen Flug lande ich auf dem Flugplatz Karlshagen auf Usedom, an Bord außer dem Kommandeur nur ein Funker, der die Maschine bewacht, während wir uns bei dem Leiter der LW Erprobungsstelle melden. Weiterleitung zur nächsten Dienststelle, wo wir von mehreren Fliegeringenieuren und 3 Zivilingenieuren empfangen werden. Ein Lehrfilm bringt uns das FZG 76 näher als es das bewusste Handbuch vermag. Und dann kommt der große Augenblick. In einer Halle steht zum ersten Mal die Waffe, für deren Einsatz wir vorgesehen sind, in Natura vor unseren Augen. Respektvoll und auch mit einiger Beklemmung betrachten wir die fliegende Bombe. An einer He-111 wird die Aufhängung des FZG 76 vorgeführt. Jetzt wissen wir in etwa, was auf uns zukommen wird. Nach diesen Informationen wird vereinbart, dass ein von der dritten Gruppe Kampfgeschwader 3 einzurichtendes Lehr- und Erprobungskommando nach einer intensiven Einweisung die Schulung unserer Besatzung im stetigen Wechsel vornehmen soll. Außerdem ist an eine Art Truppenerprobung unter besonderer Berücksichtigung der praktischen Handhabung unter Frontbedingungen gedacht. Geschehen soll das in Zusammenarbeit mit den Zivilingenieuren der beteiligten Firmen Fieseler, Argus und Ascania. Den Abschluss dieser Kurzschulung soll ein Probeabschuss FZG 76 bilden. Auf dem Schweigsamen Rückflug versucht wohl jeder die gravierenden Eindrücke zu verarbeiten und deren Konsequenzen zu überdenken. Als Erste würden wir eine Waffe führen die es bislang nicht gegeben hat. Von der Größe dieser Aufgabe kommt man sich plötzlich ganz klein vor. Werden wir ihr gerecht werden? In Grislinen werden, soweit erforderlich, die Besatzung zusammengestellt bzw. ergänzt, da die He 111 nicht mit 4 sondern mit 5 Mann geflogen wird. Die Auswahl des fünften Mannes haben meine Jungs alleine treffen dürfen und sie haben gut gewählt. Ansonsten muss ich die Burschen die alle älter sind von Zeit zu Zeit zurecht stutzen. Als Stabsbesatzung, die keiner Staffel unterstehen, dünken sie sich manchmal größer als ihre Kameraden. Unser technisches Personal arbeitet seit Wochen in der Industrie an der Umrüstung unserer Maschinen. Sondereinrichtungen für den Spezialeinsatz machen es erforderlich. Die Schulung der ersten Besatzung in Karlshagen einschließlich der Probeabwürfe läuft problemlos. Parallel zur Ostseeküste verläuft deren Flugbahn in Ost-Nord-Ost Richtung zum Zielpunkt in der See vor Lebar, wo der Einschlag durch eine optische Kreuzpeilung vermessen wird. Leider treffen uns innerhalb weniger Tage ohne erkennbare Ursache zwei Abstürze mit Verlust von Besatzung und Maschine, mit denen wir ausgerechnet zwei Offiziere des Stabs verlieren. In beiden Fällen sind Fronterfahrene Oberleutnanten mit ihren ebenfalls bewährten Besatzungen die Opfer. Beide Verluste sind gerade in ihren Funktionen während der Auffase als 1A also Einsatzplanung bzw. als TO nur schwer zu ersetzen. Der neue 1A kommt aus der gleichen Funktion eines aufgelösten Geschwaders und füllt die Stellung sofort aus. Anders verhält es sich mit dem neuen TO, den der Kommandeur nach einigen Tagen wieder ablöst. Nun folgt wieder ein Geniestreich des Kommandeurs. Ohne Vorwarnung erinnert er seinen Adjutanten zum TO. Ich bin so erschreckt, dass ich mir wohl zum ersten Mal in meiner Dienstzeit den unpassenden Widerspruch erlaube, das kann ich nicht. Ungerührt kommt die Antwort oder der Befehl, das können sie. Habe ich auch gekonnt, basta. Mir ist klar, dass man mir mit der Verantwortung für die Einsatzbereitschaft unserer mindestens 36 Flugzeuge eine Last aufgeladen hat, an der man ungeheuer schwer zu tragen hat. An das man gut geht. Die Leitung des technischen Personals für Warte und Reparatur in allen Bereichen erfordert schon unter normalen Bedingungen viel Arbeitskraft. Aber normale Verhältnisse waren einmal. Ersatzteilbeschaffung für die Maschinen, die Bewaffnung, Sicherheitsausrüstung für die Besatzung und andere Dinge lassen sich nicht mehr per Anforderung erledigen. Im Kriegsjahr 1944 wird häufig nur noch der Mangel verwaltet. Der eklatante Treibstoffmangel wird immer offensichtlicher. Sparanordnungen gehen so weit, dass die Nutzung eines Pkw für die ganze Abteilung untersagt ist. Werkstattflüge nach Reparaturen, die dem TO als einzigen Offizier des Stabes, von dem der Flugschein verlangt wird, obliegen, werden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Unter der Prämisse all dieser Probleme bereitet die Abfassung der täglichen Klarstandsmeldung an das OKL manchmal Kopf zerbrechen. Man ist häufig froh, wenn das von oben erwartete Donnerwetter ausbleibt. Da wir jetzt dem Führerhauptquartier vertreten durch das Oberkommunale Luftwaffe direkt unterstellt sind befinden wir uns im Fokus der obersten Führung. Und das macht die Tätigkeit nicht leichter. Die Vervollständigung unserer Ausrüstung ist meine Hauptaufgabe in der nächsten Zeit. Wenn ich geglaubt hatte, die Wichtigkeit unseres Auftrags würde mir alle Türen öffnen, so ist das ein Irrtum. Von Unterstützung ist wenig zu spüren, eher im Gegenteil. Intendanten der Luftparks verteidigen ihr ohnehin geringen Bestände als sei es ihr Eigentum. Ein Beispiel ist die Beschaffung eines recht simplen Artikels. Für unsere künftigen Nachteinsätze sind sogenannte Flammenvernichter, Abdeckung der verräterischen Auspuffflammen unerlässlich. Tagelang fliege ich von Luftpark zu Luftpark von Deblin, Irena an der Weichsel nach Kölleda und schließlich zu einem Hersteller in Bremen um wenigstens einige Stücke zu erbeuten. Nach den ersten Misserfolgen hat meine Besatzung eine erfolgreiche Methode ausgekundschaftet. Die des kleinen Dienstweges. Während ich meine Anfrage nach vorhandenen Beständen vortrage und mit der Auskunft haben wir leider nicht abgespeist werde, ist meine Besatzung bewaffnet mit Zigaretten und Wodka in den Lagerhallen längst mit den dort tätigen Feldwebelkameraden ins Gespräch gekommen. Häufig war das Gewünschte wohl vorrätig. So kann ich mich dann oft erfolgreich von meinem verdutzten und barmierten Gesprächspartner verabschieden. Verhaltensweisen dieser Art sind leider nicht selten, es werden Schwierigkeiten aufgebaut, die so gar nicht zu unserer Einsatzbereitschaft passen. Das Motiv Widerstand ist bei diesen Typen auszuschließen. Geltungsstreben und die Sorge um ihre eigenen, unabkömmlichen Posten spielen hier eine Rolle. Diese negativen Erkenntnisse veranlassen mich zu einer kritischen Betrachtung eigener Vorkommnisse in der Vergangenheit. Meine neue Tätigkeit führt mich häufig nach Karlshagen auch für längere Zeit mit Aufenthalt im Hotel Preußenhof in Zinnowitz. Die Sicherheitsmaßnahmen für das Gebiet der Heeresversuchsanstalten in Penemünde-Ost und der Luftwaffen-Erprobungsstelle Penemünde-West sind der Wichtigkeit dieser geheimen Einrichtung angemessen. Kontrolle auf Kontrolle sind zu überstehen. Beide Dienststellen arbeiten unabhängig voneinander, es bestehen keinerlei Verbindungen. Das schließt jedoch nicht aus, dass man mitbekommt an welchen Geheimwaffen bei den Kollegen gerade gearbeitet wird. Im Gegensatz zur Luftwaffe wird in der Heeresversuchsanstalt auch produziert. Das auffälligste Objekt ist die A4 Rakete später als V2 bekannt, deren Start jedes Mal ein eindrucksvolles Ereignis ist, aber nicht immer schießt das gewaltige 14 Meter lange Gerät in den Himmel. Fehlversuche sind nicht selten, rechtzeitig in Deckung zu gehen ist schon ratsam. Unser FZG-76 ist dagegen keine Rakete, wie immer behauptet wird, sondern vom Prinzip her ein primitives Flugzeug geringer Größe mit permanentem Pulsatorantrieb, das nach vollzogenem Start mit gleichbleibender Geschwindigkeit operiert. Der Bodenstart als ursprüngliche Version erfolgte über lange Startrampen durch Katapultantrieb. Die Bedienung liegt in den Händen des Flak-Regimentes 155. Als Alternative zu diesen stationären Rampen sind unsere H111 als Trägerflugzeuge mit Start aus der Luft vorgesehen. Diese Einsatzform bietet unter anderem mit einem variablen Zielwechsel und Änderung der Anflugrichtung taktische Vorteile. Ich absolviere zwei Probeabwürfe mit anscheinend zufriedenstellendem Ergebnis. Trefferlage mit 1,5 km bzw. 2 km Abweichung vom Ziel. Die Abwürfe bereiten meiner Besatzung und mir keine Schwierigkeiten, die eher im fliegerischen Bereich, sprich dem Piloten, auf uns zukommen können. Das Flugzeug erfährt durch die unter der rechten Tragfläche angebrachte Last von ca. 2200 kg eine außermittlige Belastung und reagiert besonders beim Start recht ungewohnt. Ein intensives Trimmen und zusätzliche Armkräfte des Piloten sind schon erforderlich auch bei guten Startbedingungen. Schlechtwetterlagen mit extremen Seitenwind können problematisch werden. In Grieslingen ist die Umrüstung der dritten Gruppe Kampfgeschwader 3 abgeschlossen, die Gruppe ist einsatzbereit. Die Nachricht der am 6. Juni 1944 erfolgten Invasion in Nordfrankreich, aber ganz besonders des am 12.6.1944 begonnenen Einsatzes der Fernkampfwaffen ab jetzt V1 genannt, wirkt auf uns alarmierend. Unsere Kollegen vom Flak Regiment 155 W haben den Anfang gemacht, unsere Verlegung an die Westfront wird folgen. Dem frühen Morgen des 20. Juni 1944 schleichen 36 Flugzeuge im 10 Minuten Abstand zu einem der üblichen jetzt aber fingierten Verlegungsflüge aus den beschaulichen und auch liebgewonnenen Masuren. Angaben über das Ziel erhalten die Besatzungen in verschlossenen Umschlägen erst am Start. Das Ziel heißt Planlünne im Emsland. Hat jemand von diesem Ort schon mal gehört? Wir haben uns im Stab über Wochen Gedanken gemacht wie eine Verlegung möglichst unbemerkt durchgeführt werden kann, denn das die gegnerischen Spionage uns im Visier hat steht außer Frage. Die seit einem Jahr erfolgten schweren Angriffe auf Pinnemünde und die begleitende Agententätigkeit lassen längst die Angst oder zumindest den Respekt in England erkennen, die dem Beginn der V-Einsätze entgegengebracht werden. So erscheint unser Aufbruch auf Französisch wenigstens ein Minimum an Geheimhaltung zu ermöglichen. Für mich heißt das Ziel als ich um 10 Uhr in Giesling abhebe zunächst Böbling wo eine Besatzung des Industrieeinsatzes auf ihre Abholung wartet. Bei herrlichem Sommerwetter ein Flug zum genießen. Wer denkt da schon das es der letzte unbeschwerte Flug sein könnte? Der Weiterflug verläuft bis in die Gegend von Kassel ohne Probleme bis uns über Funk die ersten MYO Meldungen erreichen die besagen dass sich feindliche Flugzeuge in der Gegend befinden. Sofortige Landung auf dem nächstgelegenen Flugplatz und besondere Wachsamkeit sind gefordert. Da die Anweisungen mit meinem Auftrag nicht zu vereinbaren sind ignoriere ich sie und halte verdammt blauäugig einen Weiterflug in niedriger Höhe für ausreichend. Wie giftig unsere eigene Flak reagieren kann war mir mit meiner Ostfront Erfahrung auch noch nicht bekannt. Wir erreichen mit Glück unbeherrlicht die Nähe unseres Zielhafens Plandlünne als vor uns am Horizont zahlreiche schwarze Rauchwolken auftauchen. Bei Annäherung an dem Platz machen wir am Boden mehrere brennende Maschinen aus, während eine Meute von amerikanischen P-47 Jagdflugzeugen nach getaner Arbeit im Abflug begriffen ist. Das war für uns wirklich knapp. Einige Minuten früher eingetroffen und der V-Einsatz würde ohne uns stattfinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und der V-Einsatz würde ohne uns stattfinden. Die V-Einsatz würde ohne uns stattfinden. Die V-Einsatz würde ohne uns stattfinden. Die V-Einsatz würde ohne uns stattfinden. Vielen Dank. Vielen Dank.